Hallo Leute herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge von One Piece Bred in Blood und wir spielen die nächste Kapitel von Whitebeard In der letzten Folge haben wir den Raffi Kapitel komplett beendet Die traurige Part, welchen ich hasse Und ich muss wahrscheinlich nochmals überlegen wie Ace stirbt Wie mir echt tut leid, aber nicht so Wir spielen diesmal mit dem Legendary Phönix Marco Der Whitebeard steigt auf an Deck Der Moby Deck Der Moby bin Marco schützt in einem Gegend Der 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 Ich will den Streit aus. Ich bin der größte Schmerz! Der größte Schmerz ist Maruko! Hmm, das ist gut. Alter, der hat damit fast kein Damage gemacht, nice. Oh, Kampfmeiser. So, Kampfbeendung. Marco ist ziemlich geil für sich, Harakta. Neue Harakta, Marco. Wow, der war Marco. Aha, super. Und? Whitebeard. Die Kräfte sind diese Akkane. Das war diese Poja. Wir haben einen Wettbewerb. Das war die Kräfte. Ich habe einen Wettbewerb. Ich bin der Kräfte. Ich bin der Kräfte. Was ist das? um alles up uuuuula wutda fuuuuck nochmal, wiederholen, ohne schreiß ich hab nicht mehr gespielt, das war scheiße Om ich an der Kliegen falar deberer, die ich meiste schlzen? Was ist die? Er ist die Sache, das war's. Der ist die Sache. Der ist meine Meinung. Ich diese Sache. Er ist die Sache, der ist das. Er ist kein Eeveh, die nicht in die Weise her. Der ist das. Der ist die Sache. Oh Als ob der zweimal die gleiche Anfahrt werden wird, um so nicht platt zu machen Hey, ohne Scheiß, wie kann man so scheiß schwer sein? Ja, scheiße, ich benutze den fucking Move nicht Ja, das steht auch ohne Scheiß Ja, du musst ihn mit ihm anfangen Ja, ich musste ihn anfangen Oh, du scho Ja, du musst ihn anfangen Alter, wieso wir verflachsen? Geht auf, muss ich dich besiegen. Ey, das kann nicht sein. Weil der... Juhu, bevor ich checke, dass... Er macht über den Wähnen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nein! Das ist das! Ah! Oh, naš ich jetzt? Magy-san, was ich dann ausgewert, wenn ich mich nicht schraubende? Oh, naš ich jetzt! Nein! Nein, doch nicht! Der fucking Arschloh! Was hatte ihn fast? Ich habe es. 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 Das war's für heute. Nein! Hey, what the fuck? Ich glaube, ich muss irgendwie schneiden. Hey, what the fuck? Get that, hey, why don't you come here? I will not get that. I will not get that. Das war's für heute. Yo, endlich! Meine Güte. Yeah! Das kann nicht sein. Lever up. So. Jetzt fangen wir mit der Hauptmission an. Ich bin in den Stuttgart. Ich bin in den Stuttgart. Das war's für heute. Die Whitebeer werden noch bescheuert. 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 Was ist das denn mit Pissar? Nein! Das hat so verdient Pissar Das hat so verdient Pissar Das hat so verdient Pissar Das ist alles gut, oder? Sengoku-san. Das ist alles gut! Ich hab bestimmt was nicht, aber egal. So leider, ich werde es sagen, für diese Kampen, das war's und wir sehen natürlich wie immer in der nächsten Folge, Pilat, Pilat, One Piece, äh, Bronic Blood, denn ich hab nicht flächige Asse, ich mach nicht. So, das war's und wir sehen uns nächste Mal. Ciao.